Bei Menschen, die eine so schwere Etape gehen, handelt es sich immer um tiefstgekränkte Persönlichkeiten. Der Terror draußen. Ich hab gehört, du bewirbst dich als Teamleiter. Kann schon sein. Kommt vom Terror tief drinnen. Du kannst mich trotzdem nicht daneben stehen lassen, hier ein Volltrottel. Verletzung. Du kommst mir aber dreckig vor, hm? Dreckig und versorgt kommst du mich. Findest du das lustig? Wenn alle glauben, dass du den Jungen geschlagen hast, dann glaubt es dein Chef auch. Verzweiflung. Ich schweiß auf den Geld. Verlust. Raus aus meiner Wunde, verschwinde! Ventil. Nicht seit dem Unglück der Silber! Fuck! Ausnahmezustand. Am Anschlag. Die Macht der Kränkung. Die Macht der Kränkung. Die Macht der Kränkung. Dann bist du drinnen.